es ist mario ist nach 100 200 mario ist irgendwie nach rechts und wir sind aber nach links ja weil ich jetzt auch ganz ganz viel sand da vorne ist wieder sand und da ist die stadt am horizont da wurde ich sehe es überm horizont geht weiter wo wir brauchen so wüstentäppel und du willst in fallen rein ja ja aber gut man könnte es ja auch mal ein bisschen schwerer stellen könnte man wir haben eine kiste aber gut darauf sieht ja nämlich mit ab dem ich auch mit die zerdruss und au es wird dunkel wir sollten fern halten gleich von den naja wegen aua naja genau wegen was weil gleich die zombies kommen dann kriegen die schmerzen bist du bei uns mario ich bin schon am dorf vorbei ich komme mit dir ja ich bin quasi ähm wer ist jetzt den roten punkt ah nee das ist ein monster oder so ne ich bin quasi südwestlich von dem dorf runter ja ich bin westlich hier ist keine pyramide siehst du auf der karte schon ja das steht ja auf der karte ja das steht ja auf der karte ach jetzt ändert die karte auch noch im dunklen mordos ey ist das kacke äh vielleicht wer doch nie geht da hinten zusammen ich weiß euch mal wo die anderen sind die pote ach ihr seid ganz äh seid in Richtung westen ja ja südwest ja also hier ist keine pyramide siehst du auf der karte schon ich renne noch weiter ich habe heute eine enderperde bekommen warst du gerade auf den sandpügel dabei ja ich probiere runter zu kommen hier ist ein hase verlegt also ihr seid immer noch Richtung südwesten ne ich bin jetzt Richtung westen gleich nordwest die bote habt ihr jetzt absichtlich da gelassen ne ja also ich bin jetzt hier wieder an einem großen see quasi ich bin jetzt an einem fluss mit einer kleinen halbinsel wo war ich noch ist die Lavasee auf der karte das sind eigentlich die roten punkte bei der minimap eigentlich immer ähm Monster oder so da hinten ist keine wüste mehr das ist was anderes das gehe ich nördlich entlang seid ihr noch in der wüste? ja das sind wahnsinn das spawnen so wenig mobs ich meine ich mich hier komplett unterfackeln ich sehe da noch ein Dorf ich habe ein neues Dorf gefunden das ist an der Grenze zu einem anderen Gebiet so jetzt hier Plains ich frage mich ob ich jetzt da reingehen soll weil die könnten alle sterben egal ich bin jetzt schon im Plains ich habe euch an der hier im westen auch quasi einen großen fluss beziehungsweise see war ne fluss aber ne fette insel drinnen mhm see weich ist weniger und wir müssen doch hier irgendwo sein und wo ihr entlang gegangen seid die wappen dann lasst ihr mich einfach ich gehe jetzt wieder zur stadt wo ist denn das Dorf von der stadt aus gesehen vielleicht ist das eh ne also doch doch ja weißt du es uns aus oder was ja das wo wir zuerst eben mit den Booten hin wo ist das neue so ähm ähm so ich dachte du wirst jetzt wieder zurück zu uns fahren ja ich komme auch zu im Südosten glaube ich ähm mit zurück zu uns meine ich unsere wo wir bauen da willst du jetzt nicht hin du willst dann jetzt zum Dorf wo wir hier gerade an dieser Insel gestandet sind ja was soll ich also ich muss richten äh ich muss äh ne ich muss Nord ne Südwesten meine ich Südwesten 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 und hinten ist aber auch keine Kammer wieder oh das gefällt mir bist du jetzt schon in den Dorfen Michi oder ich bin gerade angekommen ich bin auch 150 Meter weg ok ich komme wieder zurück oh 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 hier schon den großen Turm ich bin quasi da ob doch ich hier auf der Karte immer kurz angezeigt ob Tag oder Nacht ist Sonne oder Mond wo bist du wo bist du wo bist du Michi? äh bei so einem Lava-Ree im Süden im Westen wie im Dorf ach so ich such gerade die andere Stadt oah ich dachte wir treffen uns jetzt da weißt dass einer wo die ist? ich hab dir doch gerade gesagt wo die ist im Süd was? im Südwesten von dem Dorf wo wir jetzt sind ich dachte du wartest kurz oder so ich sag wir treffen sie ich geh jetzt extra hier hin damit wir uns hier treffen ich wollte mir gerade das Dorf markieren bei wem ist ein creeper explodiert bei mir hab ich das so gehört ja ich geh durch seine Ohren einfach über weil denn durch das nicht er hackt wir sind da wir sind ein irgendwann wir sind das wir sind und das Da bin ich jetzt wieder. Ach, jetzt bist du wieder da? Ja, weil ich das andere drauf nicht finde. Fertig. Kannst du mir mal die Koordinaten sagen? Ja, Moment, wenn ich in der Stadtmitte bin. Ähm. Also. Minus 1, 9, 8, 0. Moment. Ich muss gerade ausfinden, wo x ist. Nein, da bin ich x. Das hier. Äh. F3. Ja. Minus. Ja. Äh. Minus 1, 9, 8, 0. Und z. 1840. Alter. Wie weit bin ich gelaufen? Und z war? Äh. 1840. Das kann doch nie im Leben sein. So. Ah. Das funktioniert. Soll ich jetzt mal mit Pfeil abschließen, Michi? Mach mal. Äh, jetzt geht's halt ab, ne? Mach da hinzu. Er plantete. Habe ich getroffen? Nein. Am Pfeil bekommt er ein 4. Ich hab getroffen. Und? Wie viel Herz hast du verloren? Wie viel meinst du denn? Drei? Vier. Vier sogar. Oh. 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 Ich hab noch zweieinhalb Herzen. Ich hab noch zweieinhalb Herzen. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Ich hab nur noch vier Herzen. Hör auf. Hör auf. Ich hab ein heißes Herz. Du Wichser. Bist doch ein Faggot. Habe ich noch getroffen etwa? Ja. Ich bin jetzt hier an dem... Das kriegst du auch mit durch dieses... Klingen. Klingen. Ich werd mit schließen. Ja. Wandelte Zielscheibe Chris. Komm mal vorbei, okay? Da seid ihr. Ja. Was kommt Pfeiler aus da, man? Das ist krass. Ah, die stecken an ihm mit drin. Krieg ich die nicht mehr raus? Nein. Ähm. Aber bestimmt auch daneben gerufen, oder nicht? Wer hat jetzt die ganzen Boote eigentlich mitgenommen? Was? Ähm. Was haben wir gelandet nochmal? Hier. Da. An dieser Bucht. Da haben wir die Boote alle abgestellt. Ähm. Ja. Schnauze. Hey. Warum bringst du die... Aber wir waren dort Zombie. Wir waren dort Zombie, ne? Ich denke. Ja. Also wir haben keine Boote mehr, geil. Wollte eigentlich mein Boot mitnehmen? Ja. Okay. Schwimmen. Juhu. Wir gehen einfach mal. Warten. Ich zeig euch mal ganz anderes Dorf, ja? Ja. Kommt ihr alle mit? Ja. Mario? Ja. Mario? Ja. Ja. Oh. Oh. Wo geht's nochmal nach Hause? Wo geht's nochmal nach Hause? Ist das ein Tempel Mario? Bitte? Was ich dir grad gezeigt hab. Ist das ein Tempel oder nicht? Ja. Könntest du das erkennen? Ja. Ja. Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Ey. Gehen wir zur Stadt oder Tempel gucken? Nicht was. Ist kein Tempel. Warte. Du sagst das ist ein Tempel. Das ist Besondheit. Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Dann gehen wir zur Stadt. Komm. Das ist Mobbing. Oh. Danke. Wenn ihr mich gleich durchfüttern könnt. Ich hab nicht mehr viel. Warum kann ich hier zwei Brote bekommen? Ich hab auch nicht mehr viel. Ich hab nur noch zwei mal Hähnchen. Hähnchen da rum. Ich würd nämlich eher mal lieber nach Hause. Ja. Du hast zwei Brote liegen. Okay. Jetzt zeig ich dir das doch. Ja. Ich muss ja mitrennen. Weil ich hab die Koordinaten nicht. So. Komm. Nach da oben. Nach mir. Du kannst dir nach raus. Ich zeig dich das doch. Ja genau. Machen wir das doch. Ey. Ich dachte du hast die Map. Diese Karten Map. Ja die Map hab ich auch. Aber ich hab doch keinen Wegpoint gesetzt. Toll. War bis jetzt überflüssig. Wie gesagt zehn Stunden Locharbeit. Locharbeit. Ja. Machs ja nächstes mal erst die Werkzeuge die es besser können und dann mach das. Ich hab ne Diamantspitzhacke. Verzaubert. Effizienz. Haltbarkeit. Drei. Ja und von wem hast du die bekommen? Ja da hinten ist es ja schon. Die Diamantspitzhacke. So hab ich von die bekommen. Ja. Ja gut. Verzaubert hab ich sie nicht. Aber ja. Ich fühl mich nicht in die Leiswerfen. Ja. Hast du nicht gesagt die wäre kaputt gegangen? Ich hab die äh reparieren können. Ja. Und was war jetzt mit Tempel? Ja Mario meinte es wär keiner. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal was du mir jetzt halt hast. Ja. Hast du mir ein Boot zugeschmissen? Warum das ist auch so direkt am Wasser? Das ist ja nicht mehr Wüste manch. Ja. Hab ich ja gesagt, das ist Plains. ich war mir jetzt so rein christian hat ich schon alles gekündigt weil ich mir das drauf markieren und nein ich habe nicht alles gekündigt ist die wüste im süden noch weiter auf der ganz großen karte ist geht es noch weiter auf der anderen flussseite wir können gleich gucken aber ich habe halt kein essen mehr und wir rennen richtung sie also ich habe noch essen und ich würde ein bisschen die wüste durchkämmen oder es regnet zwar nicht in der wüste aber ist dass der schilder verändert sich trotzdem mario die himmelsrichtung nicht beibehalten auf dem app zu weit vom mehren finden wir sollten mehr nördlich gehen bis leute ist uns doch schon lange weg aber tschüss das geht mit zweieinhalb kilometern da hinten ist noch ein dorf oder ist das das ist unseres wtw ich dachte das wäre noch ein dorf what the fuck so Mario wer zuerst da ist und ja ich weiß du hast die koordinaten nicht tschüss Mario Mario tschüss boah der ist voll fies der mal ne steig doch bei mir ein dann können wir zusammen fahren komm Mario wir fahren jetzt nach Hause ja weißt du doch wohin nein ich fahr einfach so in die richtung jetzt muss mehr östlich aber ok ja ich weiß muss ja gleich kommen wir wieder in die flüsse ich fahr einfach über das offene Meer jetzt könnte er jetzt trinkt fein ne ich muss einfach nur so fahren äh omni du lebst da im gebirge oder Chris? ja jo ich hab deinen zucker so ein bisschen erweitert das ist ja sowieso noch nichts festes oder? was heißt erweitert? ich hab die farm verlängert ja wie meine farm ich hab keinen unten bis unter tage gegangen ist das nicht deine? ok das hier ist keine ahnung das hier ist das sieht auf jeden fall sehr nach farm aus ich hab das verlängert keine ahnung ich hab eine farm unter tage ist das in der nähe von izi? und von mir? ne ne eigentlich nicht wirklich das ist bei mir fast schon also ich hab das nämlich im kreis geworden wenn du das nämlich einfach ne das ist nicht unter tage dann ist das nicht meint ok keine ahnung ich hab dann einfach irgendwas verlängert und fahren da jetzt auch mit nicht da steht hier auch voll in der gegend rum ohne irgendwas in der nähe ich seh es schon weiss nicht auf der ganz großen karte kann man meinen ich dachte schon wenn es jetzt bei mir erweitert das wäre schon ein bisschen äh ne ne das ist einfach offen neben dem fluss letztendlich das ist auch wieder nicht meins ich ich bau mich nicht irgendwo unter heute schon rein ja gut das steht einfach nur so offen an der äh so rum an dem fluss aber sieht angelegt aus weil das ist eins breit das wasser jetzt sag mir was ich hier machen soll ich bin total unkreativ keine ahnung ne schöne hütte mit schöner aussicht ja dafür ist es geeignet aber dafür könntest du auch hier oben hingehen ja da komm ich aber immer näher zu also und hier oben schneid's schon das ist auch nö das ist was aber das ist halt ohne was den perfekten ausblick also michi was du jetzt Mario gezeigt hast war jetzt doch keine äh äh kein klein 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 ich weiß nicht mehr was er mir gezeigt hat ja also kann es doch so richtig ein Tempel sein Mario was egal also du hast ihm einfach irgendwas weiter weg gezeigt das ist ne Pistole ja die gibt's im Top ich pisse auf die Gegner Mario kannst du dich mal bitte da runter nehmen Mario sag einfach ja oder nein äh ja achso das du so wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt ja jetzt haben es verboten am Start ja die Achterwanne geht so ab die Stänze mit der Gänse glaub nicht wóh oh my god w� w w w w w